Hallöchen und willkommen zurück zu Mission Gertrud, wo Hausfrau Hose derzeit noch Shit zusammen sammelt. Ich habe festgestellt, wir haben fucking Kobalt. Also habe ich Arbeit gegen Kobalt ausgetauscht. Und ja, ich sammle gerade Shit zusammen und dann werde ich die beiden hoffentlich erfreuen. Das klingt, glaube ich, falsch. Jedenfalls, ich bringe Essen. Beglücken. Nein, warte. Ja, deswegen auch Hausfrau Hose. Das wird jetzt nur noch komischer. So, und ihr habt währenddessen weiter den Graben ausgerufen. Gehe ich mal stark von außen. Ja, ja. Ja, ja. Da haben wir es dabei. Ja, die gut. Staubsauger, wenn man sich selber gerade nicht abbauen kann, aber... Ey, der Kuchenzauberstab, ne, der gibt mir so einen heftigen Jump Boost. Ich werde, bis ich bei euch bin, bin ich schon irgendwie 30 Mal, habe ich mir schon den Kopf verletzt, oder sowas, ey. Ich kann irgendwie fünf Blöcke hoch springen damit. Was ist das? Also nur Jump Boost. Ich habe, weiß ich nicht, ich kenne die Vanilla Jump Boost nicht, deswegen. Ich weiß nicht mal, ob das so angedacht ist. Okay, jedenfalls, wir machen weiter Fortschritten und das ist gut. Warte mal, hier war falsch, glaube ich. Hier ging es lang. Es ist unglaublich, wie viel Decke hier runterkommt. Ach, wegen der Gravity, oder was? Ja, ja, wir haben ja ganz geschickt von unten angefangen. Nop, hier ist definitiv falsch. Scheiße. Dass wir so ganz viele komische Gänge hier haben, ey, das macht mich ja wahnsinnig. So, warte mal, hier kommen wir, aber ich glaube, wir sind von hier aus und haben uns von hier aus irgendwo lang gebuddelt. Haben wir? Oh, fuck me, hier sind noch mehr Gänge. Oh mein Gott, ich wäre beinahe zu Tode gefallen. Das wäre jetzt auch geil mit allen wichtigen Sachen, die wir so haben. Oh ja, euer Essen ist auf dem B. Ah, shit. Ja, aber denkt dran, ne, wenn ich nicht innerhalb von 30 Minuten da bin, müsst ihr nicht zahlen. Dann warten wir nochmal 30, ist klar. Ja, gibt es einen Gutschein für Lieber? Warte mal, muss ich hier lang? Ah? Ah? Nein, ich bin wieder da, wo wir angefangen haben. Was für eine Scheiße, Mann! Das ist oben. Ja, oben ist auch was. Das ist hier so ein verkacktes Labyrinth, ey. Ich könnte ersticken, bevor ich den Weg hier rausfinde. Warte, also warte mal, hier lang? Ging es hier lang oder nicht? Mich verfolgt ein Creeper, ich sehe auf der Minimap. Soll ich mal runterkommen und ich abholen? Ne, 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 alles gut, ich finde das schon. Nein, also das kann es eigentlich nicht sein, weil das ist nicht der Weg hoch, sondern das ist der Weg irgendwo lang. Das heißt, wir müssen hier runtergegangen sein, sicher. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, aber... Achso, ja, Mensch, by the way, ja, schönen Gruß an der Skullus. Nicht richtig plop, aber ich glaube, er weiß, dass das für ein Geräusch war. War laut genug. Ja, ich wollte sagen, also ich habe das gut gehört. Naja, dann. Okay, nein, hier war es definitiv. Also es war nicht der Weg nach unten. Okay, gut. Das heißt, den Weg, den werde ich mal blockieren, als... No, der war es nicht. Das heißt, es kann ja nur noch dieser Weg hier gewesen sein. Wegfindungsstörungen mit H.ose. Aus der Dose. Der war es auch nicht, aber gut, dass ich hier reingeguckt habe. Das heißt, es war der hier, der hier oder der hier. Bitte hier Copyrighted Musik runterlegen von den Olympischen Vier. Benni Hill Musik. Das wäre auch eine Möglichkeit, dafür glaube ich. Bündi Dittli 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 Dittli. Bündi Dittli 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 Ditt creep of me unser tunnel wird gleich ganzes stück größer oh mein gott wir haben hier gleich eine halle statt einem tunnel das war ich schwöre es war nicht ist das war nicht meine schuld ok haben wir gefunden jesus christ essen ist auf dem weg oh mein gott wir hätten hier treppenstufen einbauen sollen also ich brauche keine ja ich finde dass wir hohe springer alter ich bin jedes mal bis an die decke dort ist wieder runter und bin an einen block höher extra gerade die 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 traveler boots angezogen wenn ich wissen wie bescheuert das hier aussieht dafür ich kann ja keine froschgeräusche machen ach jesus ok wer von euch baue essen noch nicht noch also die 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 komischen corn dogs oder wie die heißen danger dogs ja gut geholfen aber du hast doch ich hoffe ich habe ja genau ich packe alles was was ich an essen und so weiter mitgebracht habe und die kobalt spitzhacken das obsidian zum reparieren die jungle ladders und wasser für die unendliche wasserquelle und den kuchenstab den halte ich glaube ich mal ein bisschen in der hand damit dass ich ein bisschen repariert in der zwischenzeit kann ich zwar leider nichts machen aber ich kann mich beobachten und ich habe hier vier kuchen platziert damit wir ja damit ihr ja da mal vorbeigehen könnten da schon oder so wenn ich gebraucht ist das schon die 21 21 fläche ja und da müssen wir jetzt noch ein drei blöcke runter oder drei hoch ja drei und dann noch mal ein für die für das dort aber das dort muss er dann nicht 21 21 sondern das können wir dann 17 17 19 19 war noch der 17 17 richtig genau das problem das ringsherum quasi zwei blöcke sind ja genau weil sonst wachsen die wollen auch irgendwie so nicht dann genau das ist ja jetzt relativ schnell gehen eigentlich wenn man damit den mit den kobalt spitzhacken durch power die jetzt auch richtig viel die ability haben also ich habe jetzt ich bin skill level expert erst aber kriegt gleich level ab die ability effektiv die ability habe ich 1750 also das schon was im diamant draufgepackt kann das sein ich habe einen diamant und emerald drauf ja das heißt auch ich würde einmal von plus 500 einmal verdoppelt genau nicht verdoppelt aber erst los muss ich ja ich habe noch ressourcen gespart gehabt ich habe sie nicht ja gut ich habe ja ich habe ja das heißt ich werde natürlich demnächst auch nachholen weil aktuell ist bei mir noch ein bisschen alles cool ist im gesicht aber die ist echt gut schnell jetzt gut dann ich packe man in den jumpy gold wand auf repair wieder in die kiste und wird dann auch mal mit meinen hier wenn ich auch mal nützlich machen hier ja ich habe auf meiner leider keine haste ich hoffe das krieg im nächsten level dann dazu oder so habe ich auch nicht alles übersehen einfach zu viel da hat irgendjemand level gekriegt ja ja das kloster und lasse ich mal stehen für thoughtless mehr oder weniger weil ich habe ein boni feier dazu bekommen ich hätte jetzt zwei boni feier frei ist das ja auch ein diamant drauf man oder halt wir haben noch ball auf morse und es ist auch einfach zu kraften also wenn du dir auto repair drauf man willst das ist noch die alte version von von ja du kannst du kannst das noch die alte version von tickers construct hier ist das muss noch krass overpowered weil es einfach sehr schnell sehr viel schneller ist als trotz dunkelheit in den neuen versionen trotz dunkelheit ja dass das ist aber dass das erst bei sonnenlicht funktioniert nicht funktioniert das besser habe ich noch nie so funktioniert aber warum nicht funktioniert es besser also recht das soll zumindest ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet dass das neue also in der neuen version ist ja mending muss muss was mit xp funktioniert deshalb eine blöde idee ist schön wenn du wenn du nur damit spielst oder so aber ja dann macht man bei allem was man abbaut auch ein bisschen xp und somit repariert sich das ding dann ich glaube du meinst bonk so koppa hat well established heißt das glaube ich ja ja dann ich meine ich doch damit ihr das eigentlich ja okay für den hammer haben wir nicht genug kobalt gehabt aber ist auch egal wir haben noch ein paar kobalt ingles übrig falls sie das repair müssen irgendwann nachher um ist so schön ruhig keine creeper keine zombies keine gas oder sonst war es kurz auf holen ich glaube nur einer der klopft sagen wer war das das war das war ich ja ich wollte nicht dass das dass sich das schnell wieder ändert hier und wenn ich so überlege können dass den ganzen halten dort unten voll die festung machen weil was machen wir sonst aus dem halten dort sind aber ganz ehrlich ich glaube nicht dass der viel aushält ja aber wir können können wir den komprimieren das denkt man ich glaube nicht wir können ja 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 ganz fest breit machen also von daher ja guter politik hat auch einfach durch was da buddeln die sich hat auch einfach durch naja stimmt die können ja buddeln diese ficker man hier fehlt irgendwie ob modular turrets die ich meine die hätten ja für jeden toll machen können dass man fucking ender dingsbums brauchen ja aber so so diese diese turrets bauen die dann irgendwie mittagen dort oder kommen ist da und schießen das wäre schon richtig nice gewesen ja real forward okay jetzt habe ich eine effektive durability von 2050 ich habe meinen level man julium bekommen das habe ich eh schon von eko bald habe ich ne meint wir können übrigens auch unsere schwerte abgrenzen ich habe jetzt auch wenn ihr denn so ich fange dann hier schon mal an mit mit dreck boden also aus ja ich glaube das ist das bisschen recht was jetzt noch hier ist das kriegen wir ganz gut hin ja wolle hast du mir schaufel oder sowas für den dreck ja du kannst sagen der chat das heißt das hier kann weg das wäre jetzt für eine weile wird es hier ein bisschen dunkel sein befürchte wobei ich kann am rand kann ich ja schon mal close down auslegen hoch und den in der mitte wieder weg machen ich glaube ich habe in der breite ein zu viel weil sie ja ich habe meine schon 1 2 3 3 13 14 15 16 17 18 ich habe zu viel eingemacht okay dann ja machen wir auf die meinte okay wenn man den holz abholzen möchte ich fange mal auch an dass das close down abzubauen weil hier ist so viel von dem schild ja mach einfach am rand kann man ja theoretisch lassen weil du bist so shit ich würde auch gehe ich hätte auch gerne so für für normales minecraft eine möglichkeit sagen zu können so von wegen ich hätte gerne die drei blöcke oder sowas so gemischt wie hier das wäre schon voll witzig um so survival welten zu machen eine welt nur aus holz lava und spawner aber bestimmt spaß das hier so jeden fall schon mal ein hazard hier ihr könnt irgendwas ausbauen welches skill level bin ich gerade master okay danach kommt glaube ich grand master und dann noch irgendwas ich habe bei mir okay ich glaube das ist das höchste es sei denn das kommt vor grand master das kann noch nicht vorstellen wie jetzt nicht so sicher das können wir ja die 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 mittel die mittel die andere seite der der farm also können wir dass die innenseite der farm irgendwie ausleuchten nux weil ich meine wenn wir da e bäume wachsen wahrscheinlich nicht schwierig ja ja gut ich sag mal wir können ja irgendwo mal ein paar stellen freilassen und dann von nux hinsetzen das stimmt auch wieder wir brauchen da eben auch dafür deswegen habe ich ja die unendliche wasserquelle mitgenommen ja so wo kommt die farm hin also ach so ja hier würde ich sagen der harvester ja ja also wenn du willst kannst du dann schon mal haben so weiter hinsetzen weil ich würde sagen wir machen bevor wir die erde reinziehen kam den kleinen tunnel vom planter bis zum harvester kabel und so kann ja genau dabei fällt mir ein das eine was wir vergessen haben sind item conduits richtig stimmt für item conduits wollen wir ender perlen scheiße was das naja loll was denn der förne sieht komisch aus aber er geht noch als förnis warte mal ja aber es ist gerade alles ist es kann alles runtergefallen und mir auf dem kopf ok aber in den kisten ist noch schütteln gott sei dank dass wir jetzt übel wenn das einfach das zeug ist noch drin lustig ja will diesmal jemand außer mir runter gehen und item conduits machen haben wir dafür nee das müsstest du aus dem mit vier eisen aus dem philosopher stone machen warte haben wir alles und alles hier ich fange schon mal an den dreck auszulegen an den stellen wo auf jeden fall ob ich das zu dem zeug das denn das gold so viel zeug in den taschen einmal machen gab aber ein loch schmeiß rein wo ich glaube wir haben zu wenig dreck hier in der kiste ist noch divers ist noch diverses text weil ich habe jetzt schon zwei stacks aufgebaut bin ich mal ein drittel durch so in der fall habe ich ja wir müssen wir mit eisen zusammen den erläutern das mit haben wir natürlich nicht hier ja nein ich meine muss er einer zurückgehen und ich meine wenn er dann schon zurückgeht dann kann er ja auch gleich was auch immer ich gerade noch wollte halt im konto ja aber was auch noch außer den alten konto ist warte mal ist der mittelpunkt genau hier weil sie nicht ich habe jetzt einfach nur hier mal gegraben weil weil ich wollte ja noch ein tunnel graben heute irgendwo hier ich war von hier aus okay die fackel ist der punkt ja da ist ja der mittelpunkt ist und dann trägt nicht runterfallen warte ich kann ja einfach mit los den dreck oben halten ich habe tatsächlich tatsächlich mitte getroffen einfach so so das heißt hier oben drauf kommen dann quasi der harvester und unten drunter ich mache noch mal ein bisschen breiter den wir haben damit wir genug platz haben für kabel und wir brauchen ja mindestens also wenn wir das ganze das passt schon ja ja warte ich mache gerade nuxen da müsste das nicht drauf bleiben so weil wenn wir dann nämlich hier unten kabel und so weiter unterbringen dann wir brauchen eigentlich nur ein kabel was zu dem plan da geht nämlich also wenn das nio kabel sind aber nur dass das eine kabel und das energie kabel dass jetzt hier zu dem plan hat der dann hierhin kommt weil ich es jetzt beurteilen kann die können wir dann hier unten lang machen nämlich hier nuxen stellen damit der ganze steht hier oben bleibt die folge wird müssen länger heute naja sind die leute auch irgendwo gewohnt dass wir mal ja wirklich sind und mal nicht meistens nicht ja meistens nicht so also hier kommt eins unter der plan dahin dann kommt da wasser oben drauf die frage ist wo brauchen wir noch wasser weil wir brauchen kein wasser 1234 brauchen hier und hier wasser da drüben noch mal wie sucht hier eine ecke was in der ecke brauchen wir kein wasser wieso das hier geht doch nur 1234 passt doch ja gut dann brauche ich das gleich noch mal hier ja kannst du dich an den nix orientieren weil dann immer die 34 ok ok dann willst du nicht über eine seite also das ist jetzt war sie vorne bäume hinten dings wenn wir das nicht bei rechts und links machen so können wir auch machen macht dann muss ich rechts die die mal wer hier bieten oder hier kurzen unendliche wasserquelle und wenn man auch wasser über den den harvester wenn er drin ist so wie immer halt ne ja ja stanni klar genau standard ist lauf dass dies lauf ja groß ist ja standardenträger ja eigentlich sind wir jetzt set up und dann kommt natürlich an der nächsten folge kommt mir dann das setup fertigen also alles aufbauen wir brauchen nur die item konto jetzt noch ja schon immer so passieren kann man den scheiß auch schon das stimmt kann sogar schon die upgrades rein machen weil so energie und so weiter können wir ja dann vielleicht hier machen also da wo jetzt gerade nicht viel ist hier in diesem raum dass wir hier so ein kleines energiezentrum bauen oder sowas wo dann auch die kohle verarbeitung und was weiß ich was reinkommt habt ihr ins glatt spoiler gemacht um so zu hören brauchen wir nicht es ist 17 doch nein ich habe das 17 noch nie benutzt ja deswegen lief deine bahn von wochen mal scheiße sie hat immer so sehr gereicht dass ich nie mir gedanken haben machen müssen ja aber das problem ist halt wenn das ding voll mit slutsch ist dann läuft die deutlich langer war noch boyd pipes oder haben wir die nicht aus irgendwelchen drauf können wir auch aber ich mache jetzt keine boyd pipes weiß ich finde das ist einfach nervig weil der ist kacke im wahrsten Sinne des wortes ja aber doch nur erde war das nicht so nee alles mögliche aber kriegen nether im solzern kriegen wir mit raus aber nur blöcke naja ich weiß nicht ob wir den kram nicht brauchen hier den mod pick das ist es nicht wir haben aber ich weiß nicht ob wir noch so ein sohn das wirklich wort haben für ein genau ich weiß nicht wieso ich weiß wo dieses circuit board herkommt das hat jedenfalls kein pneumatik kraft rezept sondern das ist ein das ist ein bisschen redstone und ein bisschen plastik sonst nichts auch so soll sein wäre vielleicht nicht verkehrt wir haben noch irgendeine andere quest gemacht setting up shop aber wir haben wieder mal wir können uns wieder mal acht schneebälle besorgen und nether wart zusammen gibt es line toll so dann ja an der stelle vielen dank fürs zuschauen wir machen dann beim nächsten mal die verkabelung hier die item konto jetzt und den slatspoiler richtig ja dann bis zum nächsten mal